Als wäre es mein Vater, wenn du mich so sagen würdest. Was ist das? Alexey, ich bin Pär Oldendorp und suche meinen Vater. Mein Vater war mit Heilig Oldendorp auf dem Weg von Gotland nach Norrgurt. Und? Sie kamen hier nie an. Was ist denn passiert? Er hat mir immer erzählt, es war Wunderf... Wer zum Teufel ist dieser Volkov? Ein Fürst? Ein Zauberer? Ein Meister der schwarzen Kunst? Wir, weißt du was das ist? Das ist die Geschichte von Novgorod. Rürig ließ Volkov schon vor 400 Jahren hängen. Vor den Toren der Stadt zwischen zwei Vogelscheuchen. Da, schau! Ich sage, Volkov lebt. Fluch von Novgorod. Willst du es wirklich wagen?